Ja, hallo und jetzt willkommen zu deinem Kurs. Lass uns anfangen. Wir machen eine Runde Bauch, Beine, Po. Lass uns ein bisschen aufwärmen zuerst. Ja, das ist ein Kurs für Einsteiger und Fortgeschrittene. So ein bisschen ein kleiner Mix. Es ist jetzt nicht besonders kreislaufintensiv, sondern wir werden ein bisschen mehr muskelintensiv arbeiten. Wir werden keine Hochchoreografie machen. Ich sehe das erleichterte Gesicht von Detlef. Abwechselnd die Schultern nach oben ziehen. Komm. Jawohl. Und dann beide Arme nach außen. Komm. Komm hoch. Ja, ganz wichtig ist, du machst bitte nur das, was geht. Wenn irgendwas nicht geht, mach es bitte einfach nicht. Wenn du irgendwo Schmerzen hast oder irgendwas nicht so richtig funktioniert, bitte die Übung aussetzen und bei der nächsten Übung einsetzen. Ist natürlich blöd, wenn mehrere Übungen hintereinander nicht gehen. Dann hast du eine längere Zeit ein Spielfilm. Bleib oben. Zieh auf und zu. Jawohl. So, und dann ziehst du bitte diagonal. Falls du etwas Herausforderendes suchst, dann kann ich dir nur mein neues N-Hit-Programm empfehlen. Da war gestern N-Hit-Pro. Das war nicht lustig. Zieh senkrecht. Jawohl. So, komm noch einmal in die Mitte. Und komm rechts, links, über die Seite. Komm. Jawohl. Schön über die Seite. Du musst gar nicht so weit gehen. Maximal bis zum Knie. Dann kommst du in die Mitte und kommst vor und zurück. Und dann fangen wir auch schon an. Wir machen ein bisschen tiefer. Genau, ein bisschen was für die hinteren Oberschenkel. Lass die Beine schön durchgestreckt und komm ein bisschen tiefer mit dem Oberkörper, sodass du wirklich schön hinten ein Ziehen in den hinteren Oberschenkeln spürst. Und versuch mal, den Oberkörper ganz gerade zu halten und die Beine komplett durchzustrecken, dass du deine wirklich hier hinten was spürst. Guck mal, du siehst, ich komme nicht mehr hoch. Ich bleibe ganz weit unten und arbeite nur unten in der Spannung. Schon die erste Aufwärmübung für die Oberschenkel. Versuch wirklich, den Rücken gerade zu halten und push dich hier tief. Komm. Jawohl. Sehr schön. Das ist für die Lendenwirbelsäule, für den Rückenstrecker so ein bisschen. Gleichzeitig für den Kloteus, für deinen Po. Also immer, wenn du nach oben kommst, kannst du gerne mal versuchen, den Popo anzuspannen. Komm. 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 Und dann kommst du in die Knie und wir machen eine leichte Kniebeuge. Jetzt ist die Po-Muskulatur in der hinteren Oberschenkel schon mal gut warm. Und du darfst dich gerne jederzeit auf den... Ähm, die Beine gehen schon ein bisschen runter, gell? Geh mal in die Knie. Ah, genau. Ja. Das ist eine Kniebeuge. Genau. So ist gut. So ist super. Genau so. Jawohl. Das ist gut. Jawohl. So. Weißt du, was gemein ist, wenn du hier vorne so bleibst und nur mit den Beinen arbeitest? Jawohl. Das ist super. Einfach anbeugen und wieder strecken. Versuch ganz durchzustrecken. Ja. Das geht so ein bisschen mehr in den hinteren Oberschenkel. Ich hoffe, du spürst das. Da gehst du ein bisschen mehr. Tiefer. Ja. Okay, komm hoch. Marschieren. Lockeres Marschieren. So, du nimmst jetzt die Füße eng. Wir machen jetzt verschiedene Versionen von Kniebeugen. Nicht der Oberkörper. Das ist nicht verneigen. Nein. Wir gehen in die Knie. Füße ganz eng. Und dann gehst du in die Knie und du wippst den Oberschenkel. Mach den Rücken gerade. Jawohl. Und wenn du willst, gehst du rechts links. Wenn das nicht geht, dann bleib einfach in der Mitte und du wippst nur gerade. Jawohl. Schön in der Spannung arbeiten. Komm ruhig ein bisschen tiefer. Ja, 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 ja. So, damit der Kreislauf noch mal ein bisschen hochkommt, bitte nur machen, wenn du wirklich fit bist. Ansonsten bleibst du nur in den Beinen. Jawohl. Komm, 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 komm. So, langsam solltest du die vorderen Oberschenkel spüren. Jawohl. Zieh vor. Ist gut. Also, ich habe was gemerkt. War das jetzt ein Kopfschüttel? Okay. Habe schon gedacht. So, ein bisschen locker. Also, schlimmer geht immer. Du musst einfach nur tiefer gehen, wenn du das noch schlimmer möchtest. Kein Problem. Du musst dich nicht an mir orientieren. Nee. Komm. Beide Füße. Ungefähr so, dass eine Faust gut dazwischen passt, zwischen die Knie. Und dann kommst du hier wieder runter. Kleiner Trick. Du darfst dich gerne abstützen. Das ist überhaupt für deine Beine völlig irrelevant. Aber für deinen Rücken. Den kannst du so ein bisschen entlasten. Und du kannst aber trotzdem jetzt volle Power in die Beine leiten. Du bleibst komplett fest auf den Füßen stehen. Und du wippst schön mit dem Popo runter. Jawohl. Genau. Komm, 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 komm. Ja, ich sehe schon, dir ist langweilig. Du kannst gerne die Hände wieder benutzen. Da kommt dann auch der Bauch ein bisschen mit ins Spiel. Also, du musst die Körpermitte schön stabil machen. Komm, komm, komm. Hopf, hopf. Jawohl. Und noch mal beide. Komm. Jawohl. Ja, den Kurs kannst du hervorragend als Skivorbereitungskurs nehmen. Ja. Genau. Komm, aber wacht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Okay, komm hoch. Gut, ich sehe, du hast was gemerkt. Das ist schon mal gut. Ich auch. Locker. 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 Schön marschieren. Nimm die Beine. Ein bisschen weiter auseinander. Mindestens schulterbreit. Dabei kommen die Füße leicht nach außen. Ja. Und dann kommst du wieder nach unten. Du darfst den Rücken erst gern wieder ein bisschen entspannen. Und komm. Jawohl. Wichtig ist, dass die Knie hinter den Zehenspitzen bleiben. Freut mich übrigens, dass das in dem Hauptbild des Berichts, des Berichts, direkt in dem Laptop-Monitor gestand, die Knie bleiben hinter den Zehenspitzen. Und ich weiß, dass ich der Einzige bin, der das sagt. Komm mal ein bisschen tiefer. Ja. Komm, rechts, links. Ja, 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 ja. Acht. Komm. Sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei. Komm, komm auf. Und acht. Sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei. Letzte. Komm, nochmal acht. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Komm hoch. Tanja, du brauchst gar nicht so zu grinsen. Du hast gestern N-Hit gar nicht mitgemacht. Ich bin gestorben hier. Ich habe heute Morgen gedacht, mich hat ein LKW überfahren. Das solltest du nachholen, ja. Wir haben von jeder Übung nur einen Durchgang gemacht. Ich habe gedacht, ich verrecke. Ohne Witz. Ja, ich, ja. Komm, ganz breit. Jawohl. So. Gut, wenn du ganz breit aufgestellt bist und du kommst hier richtig tief mit dem Popo schön nach hinten, dann solltest du ein bisschen was, solltest du deine Innenschenkel mehr spüren. Ja. Ja, ja. Innenschenkel. Und du wippst wieder. Komm. Ja, ja. Schön tief. Komm im Oberkörper ein bisschen höher. Jawohl. Du kannst noch ein bisschen tiefer. Ja, genau. Geh ruhig. Doch. Da, wo du was merkst. Da, wo das Gesicht sich dann verformt. Da musst du hin. Ja. Noch lachst du. Das ist nicht tief genug. Ja, ja. Genau. Genau. Und rechts, links. Komm. Komm. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, komm. Auf geht's. Nochmal. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Die letzten. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Komm hoch. Boah. Boah. Detlef, ich will keine Beschwerden hören. Ich mach das extra für dich. Ja. Ja, für dich. Genau. Ja. Jetzt hört der auch noch nicht. Ja, also. Happy Ears machen wir nicht. Wir machen Happy Eyes, Happy Hands, Happy Feet. Aber Happy Ears machen wir noch nicht. Ich wüsste auch nicht, wie man Hören trainieren kann. Bisschen ausschütteln. Ja. So, ein bisschen Außenschenkel. Komm. Komm auf ein Bein. Nimm das andere hoch. Und dann kommt es zur Seite. Bleib bitte gerade stehen. Und dann zur Seite hoch. Komm. 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 Im Standbein bleibst du richtig in der Muskulatur. Ja, komm. Auf. 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 Auf geht's. Zieh. 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 Nicht ganz zurück, sondern arbeite nur in der Spannung. Komm. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Der letzte bleibt oben. Genau. Sehr schön. Schön halten. Jetzt drehst du den Fuß hoch. Super. Jetzt haben wir einen anderen Muskel. Das ist jetzt der Quadrezept hier vorne. Jawohl. Und jetzt gehen wir raus. 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 Auf geht's. Komm. 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 Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Nochmal. Komm. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Ist gut. Ich habe was gemerkt. Andere Seite. Wieder ins Bein. Komm wieder richtig schön in die Muskulatur. Und dann bleibst du gerade stehen und bringst das Bein nach außen. Zieh hoch. 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 Nicht irritieren lassen. Also es ist ganz schwierig jetzt hier außen was zu spülen. Die meisten spülen jetzt was im Standbein, im Fuß und auch hier in der Muskulatur. Also nicht irritieren lassen. Ist ganz normal. Versuch dich wirklich hier auf den Außenschenkel zu konzentrieren. Ist aber nicht ganz so einfach. Komm. 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 Jawohl. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Dreh wieder den Fuß. Komm. 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 Jawohl. 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 Und komm. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Noch mal. Komm. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Ist gut. Gehen. Hui. Locker. Komm. Gut. Jetzt haben wir das so ein bisschen nach zur Seite gemacht. Wir haben ein bisschen Innenschenkel gemacht. Vordere Oberschenkel. Jetzt gehen wir so ein bisschen nach hinten. Bleib wieder stabil stehen. Achte hier wieder drauf, dass das Knie nicht über die Zehenspitzen kommt. Bleib im Oberkörper gerade. Bring das Bein nach hinten. Jetzt gehst du mit dem Bein so weit nach hinten, dass du schon mal den Popo spürst. Dass der Po richtig angespannt ist. Brust raus. Und das Bein lösen. Spannung aufbauen. Spannung halten. Und jetzt nach hinten weg. 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 Und komm. Weg. 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 Jawohl. Komm. 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 Jawohl. Jawohl. Tapp. 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 Schön nach hinten weg. Bleib im Oberkörper gerade. Komm. 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 Jawohl. Nochmal. Komm. Nicht lösen. Also ich bin die ganze Zeit in der Spannung und kick nur so ein bisschen verstärkt in die Spannung rein. Und jetzt dreh den Fuß. Jetzt wird die Spannung schlimmer. Komm, da gehen noch acht. Acht. Jetzt. Komm. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Ist gut. Boah. Puh. Andere Seite. Das darf gerne in beiden Beinen wehtun. Jawohl. Schön marschieren. Andere Seite. Stell dich stabil hin. Bring das Bein nach hinten. Komm hier ein bisschen ins Bein. Und dann bring das Bein hinten hoch. Schön Spannung. Und nach hinten weg. Komm. Popo anspannen. Komm. Weg. 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 Spannung. Also das hast du jetzt mehr oder weniger in der Hand. Beziehungsweise in der Muskulatur. Genau. Komm. Auf. Schön weg. 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 Acht noch. Komm. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Halt fest. Und zur Seite. Und nach hinten kicken. Jetzt. Komm. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Nochmal. Komm. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Da gehen noch acht. Komm. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Oh. Okay. Marschieren. Oh. Locker. So. Ich mag noch einmal ein bisschen intensiver in die Muskulatur gehen. Bleib nochmal auf einem Bein. Und jetzt erstmal so ganz locker ran und weg und zwar diagonal. Einfach diagonal. Komm. Schön diagonal wegschieben. Und dabei versuchen richtig schön den Popo anzuspannen. Komm. Was du nicht machen solltest, dich nach vorne lehnen dabei. Dann neutralisierst du die Übung. Bleib schön gerade im Rücken. Und diagonal nach hinten weg. Nach hinten. Nach hinten. Also wenn du sie nicht im Po spürst, dann weißt du, dass was falsch läuft. Jetzt hältst du bitte hinten fest. Schön weg. Richtig weg. Lass uns wippen. Komm. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, nochmal acht. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Gut. Also ich habe was gemerkt, liegt wahrscheinlich an meinem Training von gestern. Ja, da hast du auch was gemerkt. Auf alle Fälle würde ich jetzt von der Seite kommen. Auf alle Fälle, genau. Danke Clemens. Auf geht's. Bleib gerade stehen, diagonal nach hinten weg. Wir machen erstmal so ein paar. Auf geht's, komm. Schön anspannen. Jawohl. Komm, 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 komm. Okay, bleib hinten weg. Richte dich wieder gerade aus. Schön Körperspannung. Schön im Standbein bleiben. Und los geht's. Wir wippen. Komm, tap, 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 tap. In der Spannung. Komm, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Da gehen noch ein paar. Komm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, noch mal 10. Komm, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ist gut. So. Marschieren. Wenn du jetzt marschierst, hätte ich gern, dass du bei jedem Schritt den Popo mal anspannst. Jawohl. Sehr schön. So, wir müssen noch ein bisschen Bauch machen. Zum Stehen im Bauch, Beine, Po gehört auch ein bisschen Bauchtraining im Stehen. Wir fangen dabei ganz harmlos an. Stell dich mal stabil hin. Jetzt kombinieren wir das so ein bisschen mit dem Popo und der Hüfte. Dreh die Füße nach außen und du müsstest spüren, dass dein Popo sich richtig anspannt. Und jetzt hältst du den Kopf fest. Also nicht mit den Händen, sondern der Kopf bleibt gerade und du drehst den Oberkörper. Und hier musst du gegensteuern. Das ist angespannt. Jawohl. Versuch den Bauch einzuziehen und dann schön anspannen und du drehst. Gut. Halt den Po richtig fest zusammengekniffen. Komm, 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 komm. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei. Feste den Bauch einziehen. Komm. Acht, sieben, sechs, fünf, vier. Beide Hände jetzt vor. Jawohl. Jawohl. Je weiter die Hände wegkommen, umso größer wird die Spannung, die im Bauch anliegt. Komm. Jawohl. Auf. Komm, komm, komm. Feste den Popo. Komm. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei. Noch mal. Komm. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei. Komm, noch mal. Auf geht's. Auf. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Jawohl. Sehr schön. Diese Übung funktioniert wirklich nur, wenn du die gesamte Rumpfpartie wirklich fest machst und den Popo dabei anspannst. Weil dieses Drehen als solches, das trainiert nicht automatisch die Bauchmuskulatur. Also du musst da schon fest mit reingehen. Stell dich noch mal stabil hin, sehr breit. Dreh die Füße wieder. Und dann komm rechts, links. Jawohl. Komm. 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 Schön über die Seite. Komm. 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 Bauchspannung. Jetzt kommt hier wieder die Bauchspannung zum Tragen. Beide Arme kommen. Auf. Komm. 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 Jawohl. Schön über die Seite neigen und fest in den Bauch anspannen. Acht noch. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Ist gut. Lösen. Eine Übung, die Linda sehr gerne macht. Ich mag sie nicht ganz so sehr, weil sie wirklich sehr viel Körpergefühl erfordert, dass du auch die richtigen Muskeln ansteuerst. Das ist dieser seitliche Crunch mit den Beinen und mit dem Oberkörper. Das heißt, du crunchst dich hier zusammen. Die Kraft kommt in der Regel aus dem Hüftbeuger. Deswegen mag ich das nicht so, weil das Bein geht nicht durch den Bauch nach oben, sondern durch den Hüftbeuger. Die Konzentration kommt dann erst hier oben, indem du dich hier oben rund ziehst. Okay? Also, das kannst du jetzt gerne mal mit mir probieren. Das Bein kommt weg. Der Arm kommt weg. Und jetzt trifft sich Ellenbogen und Knie in der Köppermitte. Jawohl. Kopp, 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 kopp. Hier versuchen anzuspannen. Hopp, 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 hopp. Noch fünf, vier, drei, zwei, eins. Ist gut. Marschieren. Das geht gleich, wir machen das gleich noch einen Tick schwerer, indem der Fuß nicht mehr abgesetzt wird. Sondern einfach nur das Bein gehalten und immer nach oben gezogen. Auf der Seite machen wir es nochmal normal. Auf geht's. Kopp, 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 kopp. Kopp, 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 kopp. Komm. 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 Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Ist gut. Marschieren. Und die andere Seite. Auf geht's. Komm. 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 Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Jawohl. Gut, ich habe einen ausgesetzt. Ja, ich habe ihn nochmal nachgemacht. Locker. Komm. Ein bisschen auskicken. Du darfst natürlich jederzeit Pause machen, jederzeit was trinken. Hätte ich vielleicht vor dem Kurs sagen sollen. Ja. Gut. Jetzt ist der Kurs vorbei. Schade eigentlich. Wir gehen einmal nach unten und machen alle Übungen im Liegen. Wir gehen im großen Ausfallschritt von vorne nach hinten nach unten. Und dann legen wir uns auf die Seite. Unteres Bein winkeln wir nach unten ab und bringen den Körper so ein bisschen auf Spannung. Und dann geht das Bein vor und zurück. Du lässt den Oberkörper schön fest und lässt das Bein vor und zurück fahren. Jawohl. Super. Schön. Versuch den Oberkörper stabil zu halten, nicht mitzugehen. Wenn du mitgehst, dann neutralisierst du wieder die Übung. Jawohl. Ein bisschen Bauchspannung, ein bisschen Oberkörperspannung. Komm. So, was du mal machen kannst, ist so ein bisschen anders. Wir machen so Bögen. Von vorne, fang klein an. Von vorne nach hinten. Ja, bei aller Liebe zum Po und zu den Oberschenkeln, immer auch so ein bisschen an die Gelenke denken. Dass wir das nicht nur machen für knackige, feste Oberschenkel und für den Po, sondern wir machen das auch wirklich für unsere Gesundheit, für unsere Gelenkgesundheit. Und dann sollte man auch die Gelenke in ihrem kompletten Radius mal durchbewegen. Auch gerne mal ein bisschen höher. Komm. 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 Jawohl. Bleib mal vorne. Jetzt kullerst du dich mal so ein bisschen auf den Po. Dass, wenn du jetzt an dir runter guckst, siehst du den vorderen Oberschenkel und du siehst den kompletten Fuß. Und der geht jetzt einfach hoch. Jawohl. Jetzt müsste dein vorderer Oberschenkel angespannt sein. Du hast ja zum Glück eine freie Hand. Du kannst da mal hinfassen und kannst mal gucken, ob der jetzt mitarbeitet. Ja, also der vordere Oberschenkel, der Quadrizeps, der sollte jetzt hier arbeiten. Komm. 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 Jawohl. Auf geht's. Vier noch. Drei. Zwei. Eins. Zieh ran. Ja. Zieh ran. Komm. Super. Ja, ist ein bisschen anstrengend. Ich weiß. Aber ist nicht schlimm. Bis jetzt hat es jeder überlebt. Ja. Gab es jetzt noch keine Ausfälle? Ab und zu fällt mal ein Bein ab, aber das kriegen wir schnell wieder dran. Ja. Okay. Halt das Bein mal fest. Streck das untere Bein mal aus. Leg dich hier oben ab. Zieh es richtig hoch. Streck das Bein aus. Und dann lass fallen. Klack. Genau. Und falls es hinten knackt, also im Lendenmittelsohnbereich oder im Po-Bereich, dann ist wieder was an seinem Platz. Zieh hoch. Komm. Jawohl. Gut, reicht. Detlef, ist das Bein noch dran oder muss ich kommen? Okay, er hört wieder schlecht. Ist das Bein noch dran, oder? Ja? Okay. Gut. Er bewegt sich noch, also ist das Bein noch dran. Gut. Das Bein geht vor und zurück. Okay. Ich versuche lauter zu sprechen. Komm. Jawohl. Ja, genau. Clemens, ich weiß nicht, wie viele Leute meine Stimme zu Hause auch ausblenden, ja. Mit Sicherheit. So, wir machen wieder die kleinen Bögen. Komm. Jawohl. Tap, 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 tap. Jawohl. Kleine Bögen. Super. So, mach mal große Bögen. Clemens, darf ich dir einen Tipp verraten, weil ich habe auch sehr große Füße. Sehr große Füße heißt immer sehr schwere Schuhe. Also wenn du es ein bisschen leichter, wird es hier die Schuhe aus. Weil die Schuhe sind allein schon so schwer. Dann bist du allein hier. Okay, bleib so, kuller dich wieder auf den Popo, dreh den Fuß nach oben. Okay, jetzt hast du wieder den vorderen Oberschenkel und jetzt kickst du hoch. Komm. 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 Ja, ja. Ist nicht schön, gell? Nö. Nö. Aber wir machen das ja nicht, weil es schön ist. Ich hatte übrigens hier die Woche, ich glaube am Mittwoch oder am Dienstag war das, ich glaube, am Dienstag, glaube ich, deine Freundin, die hat ja bei jeder Beinübung, die ich gemacht habe, die Augen gerollt. Nach dem Kurs habe ich die gefragt, sag mal, gibt es eigentlich eine Übung, eine Bauchbeine-Po-Übung, die dir gefällt? Und dann sagt die, nee. Aber es nutzt ja nichts. Ich muss es trotzdem machen. Stimmt. Ich kann jetzt auch nicht sagen, dass das zu meinen Lieblingskursen gehört. Zieh das Bein richtig ran, streck das Bein aus und dann lass wieder fallen. Komm. Jawohl. Komm. 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 Jawohl. Komm, da gehen noch acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Ist gut. Puh. Ach so, stimmt. Danke, Clemens. Ich habe was vergessen. Wir haben den Bauch vergessen. Danke. Super. Der ruft die ganze Zeit, seit ungefähr zwei Minuten. Du hast was vergessen. Du hast was vergessen. Jetzt weiß ich es, ja. Hättest du nicht gleich sagen können, du hast den Bauch vergessen. Dann hätte ich nicht alles überlegt. Was habe ich denn vergessen? Vitamin B12, richtig. Und B3 fürs Gehirn, für die Konzentration. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Oh Gott. Okay. Okay. Reicht. Clemens, wenn ich dich nicht hätte, du. Habe ich das auch vergessen? Gut. Okay. Irritier mich doch nicht so. Oh. Diese hyperaktiven Mitmacher hier. Super. Leg dich auf den Rücken. Wir machen ein bisschen Bauch. Beide Füße ein bisschen weiter nach vorne. Und dann kommt vor. Ja, der Crunch, der muss sein. Ohne den gibt es kein anständiges Bauchtraining. Roll dich richtig zusammen. Der untere Rücken bleibt auf der Matte. Komm. Auf geht's. Komm. Danke, Clemens. Hast du mir... Dass du dir das gemerkt hast. Aber dass du dir das gemerkt hast. Wahrscheinlich hat es die Tanja gesagt, oder? Dir war es nicht aufgefallen, aber im Clemens. Unglaublich. Bleib vorne. Bleib vorne. Und drück nur noch vor. Komm. Vor. 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 Jawohl. Auf. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Bleib. Dreh dich. Bleib in der Spannung und dreh dich vor. Komm. Noch acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Nochmal. Komm. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Ist gut. Boah. Bisschen ausschütteln. Beide Beine hoch. Jetzt hältst du beide Beine fest und du machst dich richtig rund. 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 Zieh dich in die Bauchspannung rein. Versuch das auch wirklich anzuspannen. Komm. Auf geht's. Komm. Jawohl. Schön zusammenziehen. Auf. Hopp. 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 Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Du nimmst die Beine ein bisschen höher. Komm. Und zieh dich richtig ran. Komm. Noch acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Ist gut. Und ausschütteln. Kräftig ausschütteln. Beide Beine ein bisschen weiter weg. Beide Arme nach hinten. Und dann hochziehen. Nur ganz leicht vom Boden lösen. Auf geht's. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Tief die Arme. Bleiben schön hinten. Komm. Noch acht. Halt durch. Sieben. Komm. Sechs. Durchhalten. Fünf. Und vier. Komm. Noch drei. Komm. Noch zwei. Bleib oben. Nimm die Hände in den Kopf. Bleib so. Zieh den Bauch ein. Lass uns wippen. Komm. Lass uns wippen. Zieh den Bauch ein. Schöne Bauchspannung aufbauen. Komm. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Noch mal zehn Sekunden. Komm. Wir wippen. Auf. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und ab. Ausschütteln. Ganz kräftig. Wir machen ein bisschen was zur Rumstabilität. Wir fangen ganz harmlos an. Nimm beide Beine eng. Nimm die Beine ein bisschen weiter zum Popo. Nimm beide Arme nach außen. Stabilisier den Körper. Komm zu einer Seite mit beiden Beinen. Bleib auf dem Rücken liegen. Komm wieder in die Mitte. Und wieder zur gleichen Seite. Wir machen erst eine Seite. Konzentrier dich auf eine Seite. Mach die Übung in deinem Tempo. Nur eine Seite erst mal. Und dann komm zur anderen Seite. Wie gesagt, nur eine Seite immer. Und bleib schön auf dem Rücken liegen. Und lass nur die Beine drehen. Natürlich geht der Rumpf ein bisschen mit. Aber die Schulterblätter bleiben liegen. Ja, ja. Komm. Das wird jetzt gleich ein bisschen schwerer. Weil wir das jetzt nicht mit den Beinen auf den Boden machen. Bleib in der Mitte. Schüttel einmal aus. Die Beine kommen jetzt im rechten Winkel hoch. Und du musst jetzt ein bisschen mehr Bauchspannung aufbauen. Wenn dir das zu schwer ist, bleib bitte in der Übung, die wir gerade gemacht haben. Beide Beine nebeneinander. Komm zur Seite. Lass die Beine jetzt schweben. Nicht ablegen. Super. Komm wieder in die Mitte. Und wieder zur Seite. Komm zur Mitte. Und zur Seite. Nicht ablegen. Komm zur Mitte. Komm zur Mitte. Zur Seite. Komm zur Mitte. Zur Seite. Komm zur Mitte. Zur Mitte. Zur Seite. Nee, da war keine Mitte. Da war nur die Seite. Genau. Da halten wir jetzt. Versuch mal, ruhig zu atmen. Komm auf die andere Seite. Auf geht's. Zur Seite. Zur Mitte. Zur Seite. Zur Mitte. Zur Seite. Zur Mitte. Zur Seite. Zur Mitte. Bleib auf der Seite. Bleib, 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 bleib. Atme ruhig. Nimm die Spannung raus. Komm zur Mitte. Und lösen. Okay. Komm mal in den Sitz. Mach dich richtig rund. Drück dich nach vorne. Jawohl. Nach vorne. Mach dich schön rund. Jawohl, 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 jawohl. Beide Hände. Okay. Jetzt drehst du dich hier vorne. Jetzt haben wir den Rumpf richtig schön gelockert. Und jetzt kriegen wir hier nochmal eine schöne Rotation in die Wirbelsäule. Und jetzt kommst du hier nach hinten. Gerne in der rotierenden Bewegung. Schön Spannung. Komm. Tap, 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 tap. Komm, komm. Auf. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, komm. Noch mal. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, letzte. Komm. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und gut. Lösen. So. Jetzt wird es nochmal ein bisschen gemein. So einen kleinen Vorgeschmack, falls du mal N-Hit probieren möchtest. Also N steht für negatives Hit-Training. Und das ist Zeitlupen-Training rückwärts. Mach mal die Hände hier hin. Und dann kommst du ganz langsam nach hinten, wie du siehst. So. Es geht ganz langsam nach hinten. Das ist so langsam, das siehst du gar nicht. Ich bin schon wieder zurück, siehst du? Ja. Okay. Gut, ich sehe schon. Du machst nichts, ohne dass ich nicht aufmache, gell? Schon klar. Du bist so schnell. Komm mal ein Stück höher. Ja. Gut reicht. Jetzt darfst du wieder zurück. Genau. Das ist gemein, gell? Ich gebe dir eine Hilfe. Du darfst dich gerne hier ein bisschen hochziehen. Ja. Das ist gut, gell? Das hilft ungemein. Komm wieder zurück. Ja. Das Seil darfst du nicht gehen lassen, sonst ist es weg. Also komm. Und wieder zurück. Nicht ganz so schnell. Du sollst ja was davon haben. Komm wieder hoch. Komm. Ab, 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 ab. Wieso bist denn du schon wieder oben? Das ging aber ganz schön schnell. Komm. Gehst du auch ganz runter? Aha. Sehen Sie? Und dann komm wieder langsam hoch. Ja, ja, ja. Aha. Sehen Sie? Und komm, einer geht noch. Ja. Und komm hoch. Okay. Also wenn du das mal mit mir eine halbe Stunde machst, dann weißt du auch, was du geschafft hast. Bisschen ausschütteln. Ja, ich hoffe, du hast ein bisschen was gemerkt. Heute war es nicht ganz so anstrengend wie sonst. Okay. Also ich habe auf jeden Fall was gemerkt. Ich danke dir fürs Mitmachen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020